Und hopp, 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 hopp. So, noch ein bisschen rüber und schwingen. Das ist doch scheiße. Ja, beruhig dich. So, wo müssen wir da hin? Da oben, ich sehe es schon. Okay, da hoch, über die Kisten, da oben drauf, da entlang, dann dort drüben lang, da komme ich hoch. Und da auf die andere Seite. Um dann da hoch und da ran zu springen. Okay. Ja, die Zeit läuft schon und ich darf noch nicht. Los, los. Nein, Ezio. Oh, nein. Jawoll. Oh. Los. Los, los, los. Okay, ich hätte auch einfach da den Gang nehmen können. Aber das ist mir natürlich mal wieder zum Mainstream. Oh, ja, genau. Am Arsch. Springt der voll daneben. Super, ey. Alter, das ist doch wohl Witz hier. Verarschen. Das Problem kenne ich doch schon. Hatte ich doch schon mal. Alter, ey. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, ey. Los, hoch mit dir. Los. 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 Oh, ho, 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 ho. Hop, 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 hop. Und. Jawoll. Geht doch. Und jetzt kann man vielleicht schon ein klein wenig ahnen, was das Drehen da auf sich hat. So, also worum es sich dreht. Zack, über die Menke und jetzt hier. Super. Gut. Dann weiß ich jetzt wo. Ja, los. Ich würde ganz gerne anfangen. Super. Guter Start. Boah, wieder mal hier die richtig geilen Kameraeinstellungen gewählt. Nein. Hoch, 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 hoch. Oh, das wird glaube ich nervig hier. Ja, ja, ja. Genau das habe ich damit gemeint. Alter. Am Arsch. Scheiße. Erstmal. Hallo? Hoch da mit dir. So ist wesentlich einfacher, gut zu wissen. Für gleich. Für den nächsten Versuch. Ja, schon klar, dass ich da hin muss. Ja, eigentlich brauchen die es mir nicht nochmal zu zeigen. Denn jetzt weiß ich, wie ich es angehe. Scheiß auf die Henkel da. Das ist mir viel zu kompliziert. Wer weiß, ob man das überhaupt so machen soll. Ich mache es auf jeden Fall anders. Was? Mich regt das da oben auf, dass ich kaum Leben habe. Das sieht nicht gut aus. Also das sieht scheiße aus. Hallo? Hallo? Warum macht der denn da nichts? Geht doch. Hopp, 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 hopp. Und drüber. Geht wahrscheinlich jetzt nicht. Ja, das war... Hey, cool. Das war so klar. Und spätestens jetzt sollte man es erkannt haben, ist es das Assassinen-Symbol, was sich da auf dem Boden abbildet. Und da geht es jetzt weiter. Und zwar direkt in die Grabkammer. Jawohl, direkt in die Grabkammer geht es jetzt. Und... Oh! Alles klar. Sarkophag öffnen. Und zwar diesmal den richtigen. Und natürlich noch ein bisschen so plündern, das Übliche. Wie viel haben wir denn hier? 500? Na gut, okay, das geht. Das geht! So, und danach fehlt uns nur noch ein einziges Siegel. Und dann haben wir Ezios... Äh... Altairis Rüstung. Endlich. Und eine Codex-Seite holen wir uns gleich auch noch. Ach, es läuft schön. Federn... Naja, okay, das habe ich schon von Anfang an eigentlich aufgegeben. Und dann gibt es da ja noch... Das Siegel von Amunet. Und dann gibt es da ja noch... Die Sache mit dem... Na! Jetzt habe ich vergessen, was es da noch gibt. Sammelbares. Die Siegel, die Codex-Seiten. Ich weiß es nicht. Die Federn. Ne, das war's. Mir gibt es hier gar nichts Sammelbares. Die Glüfen! Die Glüfen! Ich habe die Glüfen vergessen. Ah, okay. Inzwischen ist es Nacht. Ganz unauffällig. Ach ja. Ach ja. Ach ja. So. Ab geht's. Nächste Codex-Seite. Oh Gott, ey. Wie die mich aufregen, ne? Und ich habe da oben gerade was glitzern sehen. Das will ich natürlich haben. Ne Feder! Schön. Schön, schön. 18 Federn. Wow. Da fehlen mir ja nur noch eine ganze Menge, bis ich alle habe. Alter, kommt der da nicht hoch? Das ist so wohl ein Witz. Oh Mann. Los, fahr runter. Fahr runter. Fahr runter. Durchsuchen wir ihn kurz. Drei. Florin. Hui. Platsch. Geiler Rackdoll-Effekt. W-Kill. W-Kill. Ey. Nein. Keiler aufgeschlitzt. Sehr schön. So, ich hole mir gleich erstmal... Okay. Ich gehe gleich erstmal zum Arzt. Und noch eine Codex-Seite. So, wo ist denn der nächstbeste Arzt? Natürlich in Richtung Turm. Direkt da beim Turm. Sehr schön. Eccolo. Ich will wissen, was das heißt. 20.000 ist schon wieder geil. Wir haben schon wieder 30.000 zusammen. Ich würde sagen, nachdem ich hier den Aussichtspunkt habe und beim Arzt war. Oder ne, ich gehe einfach auch in Montrejoni dann gleich zum Arzt. Sehr schön. Gehe ich gleich da zum Arzt. Warum auch nicht? Gehe ich zum Arzt, kaufe mir das geile Schwert und den Rest stecke ich in Aufrüstung. So 20.000. Ja, nicht schlecht. Ja, plündern solltest du eigentlich. Danke. Sehr freundlich von dir. Oh, Ponte di Rialto. Genau. Die Rialto-Brücke. Gut. Ich war der Meinung, das war ziemlich scheiße zu finden. Ich glaube, das war irgendwie hier unten drunter oder so. Aber ich weiß es halt nicht genau. Nicht mehr da. Juhu. Juhu. So. Dann zeig mir dein Geheimnis. Wächter. Datei freigegeben. Okay. Das scheint richtig zu sein oder so. 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 Nee. War schon richtig so? Nee. Gar nicht wahr. Ja. 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 Hä? Wie gehört das? So. Ich würde sagen, das ist so ziemlich der Boden. So muss das gehören. Sieht voll komisch aus. Die Leute Blue Bizon падen werden. Oh. Oh. Wie gehört das? Wie hört das? Mmh. 자신s wissen Госав�ерт pas, int服 services.